Bei Eclipse hier ist das runtergegangen. Toro, ich bin zu uns, ist er. Guten night! Sind schon auf green oder nicht? Ne, war res. Wo war ich denn den Pieper? Surrender? Warum? What the fuck? Es ist ein Wastung der Zeit, Mann. Now, Defense ist easy. Wir haben hier nichts zugemacht. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, was wir hier tun. Ich meine Rotation, Junge. Toro, du buchst mal in der Cam. Ja, ja. Du weißt wo, ne? Ja, ja. Mit dem Arsch. Ja. Okay, ein random ist schonmal weg. Was? War es der vom Printerwindow? Ne. Redest du, Junge? Planting? Ein auf Klinge machen. Immer noch? Ja. Junge, mit wem redest du eigentlich? Ja, Vertrauen die Calls! Ja, du hast einen? Ja, hab einen. Hab einen mit C4 noch geholt. Ja, einen random hat verlassen. Weil das ist Waste of Time für ihn, hat der gesagt. Das ist Zeitverschwendung. Ja. Ich weiß zwar nicht, was genau das Game an sich zu zocken ist eine Zeitverschwendung, aber... Ja, ne? In meinen bin ich froh, dass ihm das endlich klar geworden ist. Jetzt müssen wir zu viert weitermachen. Also jetzt ist es wirklich Zeitverschwendung. Nicht. Junge! Ich weiß nicht, was man sehe. Hab ich wieder einen Gold mit C4? Spaß. Die Headshots heute sind süß. Und meine Mates wollten wieder surrendern. Ich weiß nicht warum. Ich könnte auch C4 jetzt zünden, dann kill ich den Mate. Eigentlich auch ne coole Idee. Ich weiß nicht, aber... Und was ist grad komisch? Ich glaub ich mach nur Headshots in diesem Match. Ich weiß nicht, der ist nicht ganz. Ah, den krieg ich, den krieg ich, den krieg ich safe. Warte, warte, warte. Nicht ganz. Nein. Nein! es hat meiner sein können ich habe gewartet er hat einfach gegessen ja er muss ein wasser stück hier er kann man vielleicht ich setze die ganze zeit voreinander das ist voll unangenehm ich habe mich einfach hier hingeräppelt er hat meinen arsch weg geschossen und wenn ich jetzt ausmache, jumpt er rein drin, oder? dachte ich auch ja, siehst du, ich habe Ohren schlafen gelegt, die Drecksau holy shit das kann einer auf dem Becken nehmen wallbang oh, ich habe gerade wallbang ich habe mir nicht umsonst die wallhacks runtergeladen was hast du runtergeladen? ach, wallhacks nein oh mein gott bin ich fast gechockt warum kommst du hier lang? keine info ah you have been spotted by hostels, fall back where is he? ui die jungen alter 8 und 9 geht klar, oder? ja das ist deine erste runde ja das ist eine aufwärmrunde aber bis jetzt noch keinen getroffen den einen hole ich mir jetzt mikrofon activated jo ist bridge offen? ich glaube ja ich glaube ja oh ach, die Ash wieder am hocken sein der echo drum ist noch schwer schimmel mit deinem LMG ein bisschen ich weiß nicht, ob du liegst, ob du sitzt, ob du fliegst, Junge ich kann es dir nicht sagen freshers drums mal hör mal auf zu drohen hör mal auf zu drohen one drums ich habe Angst vor den Mainsters ah, den Ding sitzt jetzt auf Mainsters ist die schon oh, Mainsters kann die aufmachen, oder ist das mein Untergang dann? da ist es nicht ah bitte gewinnt das ich versuch's oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott und hier stand ich die ganze Zeit da ist keiner unten ich hör doch einen Mainsters, oder nicht? nein ich habe gejogged, Potter äh, einer kommt da bei Window, glaube ich Fort Ram's der Raum wurde irgendwas aufgeschlagen ok ich bin nicht sicher, was ich höre bin ich sicher, was ich höre Flash Window nicht, dass der Breachschuss macht ey, ist Breach, ist drin oh, mein Gott oh, mein Gott oh, mein Gott ja, dann werden wir da runter Junge, Junge, Junge nicht gedacht, dass das hole so, genug Clays finden ich bin hinter der Wand verreckt danke Ubisoft danke wirklich Ubisoft das war voll cool ja, das war ein Headshot ganz gut stabile Flank-Camps wirklich letzter vom Beach der ist oben, äh, der ist hinterm hinterm Truck hinterm Truck hinterm Mike, ich weiß nicht nein ach, Mann wir spielen ja T-Hunt mit denen Defense ist einfach so viel angenehmer als Attack wen hab ich da gehandshottet nein, muss mir sagen, wen ich da geholt hab Unlucky wo sind die draußen? wo sind die draußen? wo sind die draußen? ich hab den gar nicht gesehen Ach nö. Der will mich. Und schön. Ach mann, alter. Der will mich.